Aus dem Weg! Bam! Bam! Du, du bist Örsalt! Woher? Als ob ich den Namen des Mannes vergessen könnte, der hat seinen letzten Stoß in den 12. Torgarten. Was? Ich hab dich noch nie gesehen! Denkst du! Das, was du da hinten ziehst, sind wir! Ja, Mrs. und wen meinst du mit wir? La uns! Das sind immer mehr. Noch mehr Kreaturen aus dem Weltenturm. Nicht einfach nur Kreaturen. Ganz besonders du solltest uns kennen. Wie ich sehe, verstehst du es immer noch nicht. Dann werde ich es mal so erklären, dass selbst du es begreifst. Nach dem Kampf gegen diese Figuren hat es Nemesis enorm viel Kraft gekostet. So schwach hat er sich niemals zuvor gefühlt. Dann kamst du und hast ihn hinter das Weltenturm verbannt. Seit diesem Tag sitzt er dort fest mit allen anderen Kreaturen in der Unterwelt. Er wollte Rache für alles, was ihm angetan wurde. Ob nun von euch oder der Welt. Seine Rache-Gedanken zusammengeschrieben wurden immer stärker, bis es an den einen des Tages geschah. Er wurde nett. Alles hinter den Welten dort zog sich zu ihm hin. Seine Gedanken waren so stark, dass er ausnahmslos alles, was sich hinter dem Tor befand, in sich selbst aufsaugte, wie ein schwarzes Loch. Und so geschah das unausweichliche Kurs. Seine Gedanken waren so vernebelt, dass er nicht mehr klar denken konnte. Er drehte durch, da auch für ihn eine solche Ansammlung an negativer Energie einfach viel zu viel war. Er musste diesen Energien irgendwie wieder freisetzen. Es war ihm völlig egal wie, er wollte einfach nicht mehr leiden. Mit seiner restlichen Kraft setzte er die Energien seiner Gedanken frei. Und so schuf er uns neue Wesen. Wesen, die alle seine Gedanken enthalten. Wesen erschaffen alles, allem hinter dem Tor. Wesen, die ihn selbst verkörpern. Euch. Ganz recht, so wurden wir geboren. Und nun wollt ihr in seinem Namen seine Pläne fortsetzen? Vorher ist nicht. Wir werden seine Kraft des Herrn wieder auffüllen und ihm so seine alte Macht wiedergeben. Wenn es dann soweit ist, werden wir seine Pläne fortsetzen und einiges an Zeit benötigen, ihn wiederherzustellen. Doch bevor wir das tun, gibt es noch etwas anderes, was wir tun werden. Wir werden uns an der Person rächen, die für all dies verantwortlich ist. Wen meint ihr? Mich? Die Mädchen? Weder noch. Huh? Die einzig wahre Schuldige Groß ist die Göttin der Elementare. Was? Wollte etwa das Heiligtum der Götter, äh, der Götte, der Elementargötter angreifen? Wir werden sie dafür büßen lassen, dass Menschen das Recht groß haben, mit den Elementen zu spielen. Wir können doch nicht... Wir wissen ganz genau, wie wir zu ihr kommen. Versuch gar nicht, es uns aufzuhalten. Du könntest ohnehin nichts ausrichten. Bam. Ich bin Redowan, der Hass-Nemesis. Ich bin Gordeson, der Zahn-Nemesis. Ich bin Zerde, der war Nemesis. Ich bin Neger, der Neut-Nemesis. Merke dir. Wir sind Nemesis. Nicht wir sind Deutschland, wir sind Nemesis. Das Wort soll nie wieder aufgesucht werden können. Lebt wohl, äh, Salt. Bam. Explosion in Nila. Niemand wusste zu diesem Zeitpunkt, in welcher Gefahr die Welt schwebte. Genau das sollte ihn im Endeffekt zum Verhängnis werden. Mit einem S, glaube ich. Schon bald erreichten die vier Abkömmlinge Nemesis das Heiligtum der Elemental-Göttin. Das ist furchtbar. Wir müssen unbedingt nachkommen wegen des Klans Atmosphäre und der Natur. Amtosphäre. Ne, ich glaube, du hast mich verschrieben da, Herr Sui. Christian. Der Amtosphäre, ja. Und der Natur finden. Nicht mal ich weiß, wie wir das machen sollen. Also, ehrlich. Das sollte euer geringstes Problem sein, eurer Hoheit. Was? Wer ist das? Keinem. Es ist möglich, das habe ich ihm ohne mein Wissen zu betreten. Und wieder beweist ihr eure Inkom... Kom... Kom... Also MP da. Es war ganz einfach, hier herein zu kommen. Ja. Tür auf. Reingehen. Tür zu. Von dir geht dunkle Energie aus. Wie kann es sein, dass du die Elemente der Dunkelheit beherrschen kannst? Irrelevant. Fakt ist, dass eure Tage gezählt sind. Wie kannst du es wagen? Ich werde dich. Nur zu. Ich bin ganz wild darauf zu erfahren, was ihr nur mit mir machen wollt. Vielleicht etwas in der Art? Oder sowas? Oder ist das sicherlich auch eine Freundangelegenheit? Nein! Die Elementargeister! Ohne deine Geister bist du wohl völlig schutzlos. Du kannst sie gerne wiederholen. Wir haben sie lediglich aus deinem Himmelsnest geschleudert. Nö, noch nicht. Meine Macht ist groß genug, um euch allein aufzuhalten oder so. Ich bin so gespannt. Sollten die da irgendwie rausfliegen, die Geister? Wir haben uns das Abkümlinge geschafft, in das Heiligtum der Elementargöttin einzudringen. Der Angriff geschah blitzschnell, sodass die Elementargeister keine Chance hatten. Kaya wusste, was nur mit der Göttin passiert. Doch das Auftreten groß. Der Elementargeister erregte schon bald aufmerksamkeit auf der Erde. Yay! Wir gucken zu, wie Xai eine Kiste schlägt. Also Xai, langsam habe ich keine Lust mehr dir bei dem Training zuzusehen. Selber schuld. Du wolltest ja nicht mitmachen. Die ganze Zeit auf eine Holzkiste einprügeln ist mir auch zu öde. Explosion. Was ist das denn? Hast du das gehört? Na ja, kaum zu behören. Was da wohl passiert ist? Komm, wir sehen mal nach. Speichern. Wow, 11 Minuten. Na, dann wollen wir mal. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da! Xai, der Schwertkäfer gehört nur in unserem Team. Yay! Da ist er. Vergleich, Xai hat viel mehr Angriff. Aber jetzt darf ich ein bisschen langsamer Geschick, ja. Er ist aber stärker und er hat... Der Penner hat ein Schwert und ich nicht. Ah, schluch. Hab ich irgendwelche Items? Nö. Doof. Ich will gerade auch ein, ich hab auch keinen Item-Shop hier nirgendwo gesehen. Oder? Moment. Gibt sich an den Waffen... Da! Da bin ich perfekt dran vorbeigelaufen. Was kosten die Sachen denn hier so? Hallo, was darf's sein? Keule? Warum ist denn ne Keule? Der, der ne Keule dran kann, kann man kommen. Das will später. Hey. Was darf's sein? Hm. Teuer? Alles sehr teuer. Ein Holzschild könnte ich kaufen. Hm. Kann ich hier was kaufen? Ja, so. Oh. Ja, das kann mein Vater jetzt schon viel besser. Das freut mich. Wie kann ich da weiterhelfen? Yay. Ich kann einen Trank kaufen. Hm. Ich sollte ein paar Monster töten, um Geld zu bekommen. Gehen wir erstmal nach Hause. Ich glaube, das kann von irgendwo von hier. Na gut, dann gehen wir halt erstmal dem Geräusch auf den Grund. So genau kenne ich das Spiel doch nicht mehr. So den Anfang. Wie gesagt, das ist zwei Jahre her. Da vergisst man so einiges. Da. Ich glaube, hier musste ich hin. Ich glaube, da hinten ist irgendetwas. Ja. Aber was? Das sehen wir erst beim nächsten Mal. Ne, Scherz. So. Gehen wir mal hin. Oh, ein Elementargeist. Ähm. Hallo? Eine Katastrophe. Hey, sie da. Oder was da? Hm? Was? Sie können mich sehen? Braucht keine Angst zu haben, Kinder. Ich bin nur ein böser Geist, der eure Seelen fressen wird. Ich habe keine Angst. Ich bin bloß... Erstaunt. Echt irre. Was bist du? Xai, nehm dich zurück. Ist schon gut. Ich bin der Geist der Winde. Boah, cool. Du bist doch möglich. Bist du gar nicht aufgeregt? Also zumindest ist es für mich das erste Mal groß, dass ich einen Geist treffe. Ich bin nicht irgendein Geist. Mir schlummert die Macht aller Winde auf unserer Erde. Die Damenwinde auch? Das ist echt immer aufregender. Ich bin beinahe sprachlos. Aber nur beinahe, sonst würde ich jetzt nichts mehr sagen. Wie kommt es, dass du hier unten bist und für uns alle sichtbar? Ich bin selbst ein... Ich bin selbst einwillig überrascht. Normale Menschen können uns Elementargeister eigentlich nicht sehen. Normale Menschen? Nur Nachfahren der Elementarklane können uns sehen. Was heißt, wir gehören einem Elementarklan an? Eine andere Erklärung? Andere Klein? Äh, gibt es nicht. Was für ein Tag? Ich bin tatsächlich ein Angehöriger groß eines Elementarklines. Wuhu! Wenn es um Geiste geht, bist du willkommen zu halten, was sei. Und nun, und, 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 und... Kannst du mal sagen, welchem Clan ich angehöre? Feuer? Wasser? Natürlich. Was ist los? Siehst so bedrückt aus. Eigentlich sollte ich nicht hier sein. Was ist passiert? Das reicht der Elementargöttin. Es wurde angegriffen. Und wir Elementargeister wurden alle in verschiedene Richtungen geschleudert. Das klingt furchtbar. Durchaus. Aber ich weiß weder, wo die anderen sind, noch was mit der Göttin passiert ist. Diese Kreaturen müssen mächtig sein, wenn sie einfach so ins Heiligtum gelangen konnten. Normalerweise ist es niemanden möglich, in das Heiligtum einzudringen. Du musst sofort zurück. Die Göttin braucht dich doch sicher. Vielleicht hat er gesagt, er hat es getan. Bis man erstmal draußen... Komma? Kommt man nicht so schnell wieder rein. Die Göttin könnte mir Zugang verschaffen, aber diese Kreaturen haben sie angegriffen. Nur noch mit den Elementen komme ich zurück. Doch ich weiß nicht, wo sie sind. Und wenn ich es wüsste, wäre es sinnlos. Die Macht von uns Elementargeistern kann sich nur dann entfalten, wenn wir uns mit einem... Wenn wir uns mit einem Clanmitglied verbünden. Ich habe da eine Idee. Wir helfen dir, die anderen zu finden. Und außerdem noch Clanmitglieder, die uns... Die anderen zu finden? Und außerdem... Ja. Ich weiß, das klingt irgendwie komisch. Das würdet ihr tun? Aber das ist aber sehr gefährlich. Außerdem ist das nicht unser einziges Problem. Wieso? Kommt das aber noch schlimmer? Die Welt durchfassend gleichmäßig zu geraten, da zwei wichtige Grundbausteine unserer Welt zu fehlen scheinen. Es gab Fokus an meiner Regeneration unserer Welt. Für so eine benötigt man allerdings die Kräfte aller Elementargeister. Doch wir wussten nicht, dass es mehr als acht gibt. Es fehlen noch zwei die allatümlichen Elementare der Atmosphäre und Natur. Wenn wir die letzten beiden nicht finden, dann wird das nicht mehr lange dann bekommen, bis die Welt in sich zusammenfällt. Wollt ihr jetzt immer noch helfen? Nö, jetzt nicht mehr. Das sind Elementargeister und Angehörige der letzten Elementar... Das sind Elementargeister und Angehörige der Atmosphäre und Angehörige der Atmosphäre und Angehörige der Atmosphäre.